Mein Vater hat immer sehr, sehr kleine Autos gekauft, sehr günstige Autos, er war ein sehr günstiger Mann. Und wir hatten also alles, was wir zurückgebracht haben, um Hörgrinzhausen zu bekommen. Und wir packten, ich war ungefähr sechs, und wir packten das ganze Auto voll von Sachen, und wir packten, packten, packten. Und wir packten das ganze Auto so voll, dass es uns nicht mehr Platz gab. Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wäre es doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wäre es das Paradies auf Erden? Führerschein zurück. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Mein Name ist Lutz Tase, und ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Schulung hier am Montagmorgen im Büro. Wie ja schon bereits angedeutet, haben wir letzte Woche eine hervorragende Bilanz ziehen können. Über 500 verkaufte Staubsauger. Schakka! 3,5 Millionen Dollar ist unsere Valuation. Komm, Sweetie! Wir sind nicht Valuation auf Sales. Was wir Valuation auf dem Jahr? Komm, Baby! Yeah! That's my boy! Good boy, Romeo. Good boy! Bis zum nächsten Mal.